Liebe SWN-Zuschauer, ich bin fix und fertig. Ich habe mit meinem Hund spazieren gelaufen und ich habe zwei Sekunden nicht aufgepasst, weil der Radfahrer gekommen ist. Dann hat er die Glatzer und so einen Schwamm im Maul mit einem Stiel dran. Und die Frau hat noch gesagt, ich bin total tot erschrocken und ich mache das Video, weil ich sage, ich liebe Leute, wenn ihr irgendwas habt und seid krank oder irgendwas und habt Watter oder Verband oder irgendwas. Schmeiß doch das nicht einfach in die Natur. Sagen wir, seid ihr alle ein wenig blöd oder was? Man kann doch nicht einfach alle Masken und die ganzen Mist einfach in die Natur reinschmeißen. Sagen wir, haben sie euch noch im Gehirn rein oder was? Ich verstehe die Welt nichts mehr, wirklich Wardo. Was es doch für Schweine gibt da auf der Welt. Also da fehlen mir echte Worte. Ich bin fix und fertig, echt Wardo. Also da fragst du dich manchmal, ob die noch alle Tassen im Schrank haben. Deutschland, du verblödes.